Und somit können wir dann immer wieder 875 Euro jede einzelne Stunde als faule Person verdienen. Herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video gibt es mal eine extrem spannende Methode, mit der man es schaffen kann, immer wieder über 800 Euro pro Stunde zu verdienen, obwohl man faul ist. In der Schule früher hieß es zwar immer, dass man nicht faul sein soll, wenn man sonst keine Einhaben bzw. wenig Geld verdienen wird. In diesem Video ist es einmal anders und zwar, ich werde euch eine Methode zeigen, bei der ihr gerade mal 5% der Arbeit selbst machen müsst und 95% eben übernommen wird und ihr trotzdem richtig gutes Geld verdienen könnt. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen Strategien zum Online-Geld verdienen haben willst und dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Video. Heute gibt es mal einen absolut genialen Weg, ohne Startkapital und vor allem auch ohne Risiko, Online-Geld zu verdienen. Das Beste ist, das Ganze kann man als kompletter Anfänger ganz entspannt von zu Hause aus nebenbei machen. Wichtig ist, dass man die Schritte 1 zu 1, so wie ich sie in diesem Video zeige, nachmacht, weil dann kann man eben mit dieser Methode richtig gutes Geld verdienen. Tatsächlich teilweise auch über 800 Euro in einer einzigen Stunde. Das klingt jetzt erstmal extrem spannend, aber ich werde es natürlich auch in diesem Video beweisen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, es wird mega interessant. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich dieses Thema interessiert und du es ausschaffen willst, langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren oder die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben einen sehr interessanten Weg an, wie man es schaffen kann, über 800 Euro in einer einzigen Stunde zu verdienen mit dieser Strategie, die ich in diesem Video vorstellen werde. Wie gesagt, schon mal gerne einen Daumen hoch geben. Für den zweiten Teil sehe ich, dass euch diese Sachen interessieren und dann geht es auch direkt schon los. Zu allererst noch mal ein ganz wichtiger Hinweis und zwar aktuell haben wir hier eine extrem spannende Aktion und zwar es werden Kreditkarten einfach mal verschenkt und zwar nicht irgendwelche Kreditkarten, sondern hier die goldene Kreditkarte von Mastercard komplett gebührenfrei. Das heißt 0 Euro Jahresgebühr, ihr könnt hiermit kontaktlos bezahlen und habt noch ein Zahlungsziel von bis zu 7 Wochen. Absolut geniale Sache, ihr könnt euch mit dem Link in der Videobeschreibung auf dieser Seite eure Karte in gerade einmal einer Minute sichern. Warum sollte man diese Karte haben? Ganz klar, man hat eben keine Kosten und man hat eben extrem viele Vorteile. Ich zeige euch nochmal ein paar Vorteile. Und zwar, ihr habt hier insgesamt 0 Euro Jahresgebühr dauerhaft, also es wird auch nicht in Zukunft irgendwie kostenpflichtig werden. Ihr habt hier noch Reiseversicherung inklusive, das heißt, wenn ihr eine Reise bucht, bekommt ihr nochmal gratis einfach mal eine Versicherung dazu. Ihr habt einen gratis 24 Stunden Kundenservice, wenn ihr mal eine Frage habt. Ihr habt sogar teilweise noch im Kundenportal hier 5% Rabatt auf alle Reisen und bekommt sogar, zum Beispiel, wenn ihr einen Mietwagen euch holt, bekommt ihr nochmal 5% Rückvergütung. Also eine absolut super Sache. Also wenn ihr euch diese kostenlose Kreditkarte holen wollt, Link dazu in der Videobeschreibung, könnt ihr das hier einfach machen, weil auf einigen Portalen kann man ja teilweise auch nur mit Kreditkarte bezahlen und einige haben ja auch noch gar keine Kreditkarte. Und zusätzlich, da sage ich natürlich auch ganz transparent dazu, wenn ihr euch die Kreditkarte über den Link in der Videobeschreibung holt, unterstützt ihr natürlich noch zeitgleich hier diesen Kanal. Außerdem gibt es aktuell wieder ein paar freie Plätze bei der Plattform iSay, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr einfach mit eurer Meinung Geld verdienen, das heißt, ihr könnt euch hier kostenlos anmelden, dann könnt ihr sogar auf die Zukunft Einfluss nehmen, das heißt, ihr könnt zum Beispiel zu bestimmten Produkten, die noch gar nicht auf dem Markt sind oder zu bestimmten Marken, könnt ihr eure Meinung sagen und dann könnt ihr dafür eben bezahlt werden. Ihr könnt hier Gutscheine bekommen, Amazon-Gutscheine, aber auch natürlich Paypal-Guthaben, also auch wirklich Auszahlung direkt aufs Konto dazu, einfach hier E-Mail, Passwort, Name, Nachname eingeben, hier auf Registrieren klicken, dann eure E-Mail bestätigen und dann geht es auch direkt schon los mit iSay, eine super Sache, Link dazu in der Videobeschreibung, ihr könnt euch aktuell noch kostenlos anmelden, aber nur noch ein paar Plätze frei und ja, jetzt schauen wir uns die Strategie an, mit der wir über 800 Euro pro Stunde verdienen können. In Schritt 1 benötigen wir eine klassische Website und zwar ChatGPT, ihr könnt natürlich auch andere KIs wie zum Beispiel GoogleBart verwenden. So, wenn ihr dann hier in eurem Account eingeloggt seid, das kennt ihr ja schon, dann könnt ihr hier alle möglichen Fragen stellen, zum Beispiel, welche ist die beliebteste Sportart der Welt? So, und dann werden wir schon hier automatisiert die Antwort bekommen, hier in diesem Fall aktuell eben Fußball, laut einer Umfrage, bla bla bla, also ihr bekommt hier wirklich sehr, sehr gute Antworten, natürlich auch hier mit Belegen und so weiter und so fort. Das heißt, hier habt ihr eine künstliche Intelligenz, die euch auf Anhieb alle Fragen beantwortet, die euch automatisiert Texte schreibt, die euch Informationen gibt und das ist natürlich absolut genial. Und jetzt werde ich euch mal eine Website zeigen, mit der ihr hiermit richtig gutes Geld verdienen könnt, natürlich auf legale und seriöse Art und Weise. Und zwar funktioniert das Ganze mit der Website peopleperhour.com. So wird das Ganze geschrieben und jetzt nochmal ein Hinweis, wie ich die Seiten hier übersetze, und zwar hier oben könnt ihr bei dem Google Chrome Browser einmal raufdrücken und dann die Seite übersetzen, in diesem Fall natürlich auf Deutsch. Und hier, wie der Name schon sagt, also Menschen pro Stunde, hier werdet ihr für jede einzelne Stunde bezahlt. Und hier gibt es natürlich zahlreiche Bereiche, in denen ihr arbeiten könnt, zum Beispiel Technologie und Programmierung, Schreiben und Übersetzen, Design, Video, Bildbearbeitung etc. Und was uns natürlich hier in diesem Video besonders interessiert, ist der Bereich Inhalte bzw. Content schreiben. Und das ist natürlich richtig super, warum, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar habe ich hier mal ein Beispiel vorbereitet. Hier schreiben sie starke und effektivste Texte für Webseiten und hier bekommt man immer wieder 875 Euro einfach mal dafür, dass man Texte schreibt. Gleich werde ich euch natürlich zeigen, wie ihr das Ganze mit ChatGPT ganz einfach hinbekommen könnt. So, hier sehen wir das Ganze, so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, diese Person hier bietet das für 875 Euro an. Diese Person heißt Jessica und jetzt, bevor einige in die Kommentare schreiben, ja, das verkauft sich doch eh nicht, damit kann man gar kein Geld verdienen. Hier habt ihr direkt den Beweis. Allein dieser Auftrag wurde schon über 15 Mal bzw. genau 15 Mal verkauft. Das können wir uns ja einmal kurz ausrechnen, wie viel das dann ist. Hier 875 Euro mal 15. Dann sehen wir schon, diese Person hat mit dieser einfachen Methode schon über 13.000 Euro verdient, was natürlich absolut genial ist. Und zwar werde ich euch jetzt einmal zeigen, wie ihr das Ganze auch machen könnt und wie ihr dabei eben die Plattform ChatGPT für euch arbeiten lassen könnt. Und zwar, ihr stellt natürlich hier auch so einen ähnlichen Auftrag. Vielleicht könnt ihr ein bisschen runtergehen, vielleicht auf 799 Euro. Und wenn ihr dann einen Auftrag bekommt, zum Beispiel, ihr sollt einen Artikel für eine Sportwebsite erstellen und ja, dann macht ihr Folgendes. Und zwar, ihr lasst euch die Informationen vom Interessenten bzw. vom Kunden geben. Dann geht ihr zurück hier auf ChatGPT und dann macht ihr Folgendes. Und zwar, ihr fragt dann genau, okay, zu welcher Sportart wollt ihr denn einen Artikel haben oder zu welcher Sportart will der Kunde dann einen Artikel haben. Und wenn ihr beispielsweise etwas haben möchte zum Thema Tennis, dann können wir einfach Folgendes machen. Und zwar, dann schreiben wir hier einfach rein, gib mir einen Artikel für eine Tennis-Website. Zack, zack, zack. Ja, ich weiß, es ist nicht alles perfekt geschrieben, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und jetzt werden wir schon Folgendes sehen. Und zwar haben wir hier direkt einen perfekten Artikel 5 Tipps, um dein Tennisspiel zu verbessern. Blablabla, und jetzt schreibt er uns hier automatisiert 5 Tipps. Und das Beste ist, wenn wir jetzt sehen, okay, wir wollen ja aber noch mehr Tipps haben, dann schreiben wir gleich einfach noch sowas hin wie, gib mir noch weitere Tipps. Und dann bekommen wir automatisiert hier Tipps. So, hier haben wir jetzt nochmal einen weiteren Artikel. Und zwar hier nochmal, ja, ein Artikel über die Australian Open, also eine Reise durch die Tennis-Geschichte. Und hier können wir jetzt Folgendes machen. Und zwar, viele Leute, gerade auch leider hier auf YouTube, sagen dann, ja, kopiert das einfach dann und schickt das rüber. Das passt schon, aber ich würde es in diesem Fall nicht so machen. Ich würde das Ganze jetzt einfach einmal auswählen, alles hier, zack, zack, zack. Und ja, dann werden wir das Ganze einmal so machen. Okay, das untere muss jetzt noch nicht mit rein. Das heißt, wir kopieren jetzt alles hier einmal rüber. Und ja, dann werden wir hier einmal die sogenannte Google Docs-Seite öffnen. Und jetzt können wir Folgendes machen. Und zwar hier gehen wir jetzt rauf und können jetzt hier mit dem Google Editor ein neues Dokument öffnen. Und ich hatte beim letzten Mal die Frage bekommen, ja, man kann natürlich auch Microsoft nehmen oder jedes andere Programm zum Schreiben. Und hier können wir jetzt das Ganze einmal einfügen. Und hier natürlich die Überschrift groß machen. Und was wir jetzt machen können, ist Folgendes. Und zwar hier sehen wir jetzt den Artikel, den uns die Künstliche Intelligenz vorgegeben hat. Und jetzt können wir Folgendes machen. Und zwar, wir können natürlich den Artikel ein bisschen umändern, unsere persönliche Note hinzufügen, den Artikel ein bisschen umschreiben. Das heißt, eine andere Wortwahl verwenden oder noch Informationen hinzufügen. Und demnach könnt ihr diesen generierten Artikel von der Künstlichen Intelligenz quasi als Inspiration nutzen, dass ihr schon mal wisst, wie der Inhalt sein soll. Aber ihr solltet jetzt nicht einfach eins zu eins alles kopieren, sondern es soll natürlich auch noch eure Arbeit ein bisschen mit enthalten. Ihr könnt aber eben die Arbeit von euch hier mithilfe der Künstlichen Intelligenz ganz einfach vereinfachen lassen. Das heißt, ihr könnt jetzt noch schon mal sowas reinschreiben, wie zum Beispiel hier dann einfach noch mal ein extra Absatz. Die bekanntesten Tennis-Spieler der Welt sind zum Beispiel Nadal, Federer und so weiter und so weiter. Dann schreibt ihr hier einfach noch mal Tennis-Spieler hin und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ihr könnt das Ganze auch zum Thema Fußball machen, zum Thema Hockey, zum Thema Basketball oder auch zu ganz anderen Themen. Es muss nicht unbedingt Sport sein. Ihr könnt natürlich bei People Power alle möglichen Dienstleistungen anbieten. Das heißt, ich würde immer empfehlen, dass ihr euch auf einen Bereich spezialisiert. Das heißt, ihr könnt ja hier mehrere Angebote abgeben. Zum Beispiel, ihr könnt einen Auftrag oder ein Angebot erstellen. Ich erstelle einen Text für ihre Sport-Website, für ihre Koch-Website, für ihre Fitness-Website, was auch immer. Dass ihr eben sehr, sehr breit aufgestellt seid und dann eben für jeden potenziellen Kunden einen spezifischen Text anbieten könnt. Und dann macht ihr immer folgendes. Ihr geht hier rauf, lasst euch den Text grob vorschreiben, ändert dann noch ein bisschen um, fügt noch ein bisschen was hinzu und habt dann ein sehr, sehr gutes Produkt, also einen sehr, sehr guten Text, mit dem euer Kunde auf jeden Fall zufrieden ist. So, wenn ihr dann hiermit starten wollt, klickt ihr hier oben auf Freelancer-Fragezeichen drauf und könnt euch dann hier einen kostenlosen Account erstellen, indem ihr hier raufschreibt, I want to work as a Freelancer und dann könnt ihr euch hier mit eurer E-Mail anmelden. Wichtig, nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, wenn dir dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt gefallen hat, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal natürlich kostenlos. Und für weitere Videos bzw. Infos zum Online-Geld verdienen, schaut gerne in die Videobeschreibung. Ja, und wenn dir diese Methode schon gefallen hat, dann schau auf jeden Fall auf unserer neuen Seite www.kigeld.com vorbei, habe ich natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr natürlich nochmal viele weitere Strategien zum Online-Geld verdienen, mithilfe von künstlichen Intelligenzen bekommen. Hier könnt ihr die Strategien ohne Startkapital, ohne Vorwissen und ohne Risiko umsetzen. Aktuell haben wir hier über 50 HD-Videos in dem Kurs hier, die wir auf YouTube gar nicht zeigen. Schaut euch gerne nochmal dieses Infovideo an. Dort zeige ich beispielsweise, wie ich innerhalb von einer einzigen Woche über 2.000 Euro nur durch eine künstliche Intelligenz verdient habe. Und das Beste ist aktuell, könnt ihr das Ganze auch schon 14 Tage lang kostenlos bekommen. Das heißt, hier einfach raufklicken, öffnet sich die nächste Seite. Dort müsst ihr einfach nur eure E-Mail eingeben, dann wird das Ganze zugeschickt. Jetzt natürlich noch eine ganz wichtige Frage und zwar, muss man für die 875 Euro Methode aus dem heutigen Video ein Gewerbe anmelden? Dazu lässt sich sagen, wenn man das Ganze langfristig machen will, muss man auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Aber es gibt auch einen Weg, Online-Geld zu verdienen ohne Gewerbe. Klickt dazu einfach auf das Video, was ich jetzt hier in der Mitte einblenden werde. Dort beweise ich ganz genau, wie man es schaffen kann, ohne Gewerbe Online-Geld zu verdienen mit einem Auszahlungsbeweis in Höhe von 1.000 Euro. Das heißt, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.